Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch zur Besprechung von Woodwalkers, einer Verfilmung einer Romanreihe von Autorin Katja Brandes. Der Film startet am 24. Oktober in den deutschen Kinos und wir konnten ihn vorab schon sehen und mit wir meine ich mich. Hallo, ich bin der Stu. Ich glaube, ich werde mich eines Tages mal in ein Schabrackentapier verwandeln und die liebe Lida. Hallo Lida! Hallo! Lida, welches Tier wacht in dir? Sag es mir. Oh, das war ein Reim. Cool. Ein Wildhund. Das weiß ich, weil ich vor Jahrzehnten mal einer Freundin ein Buch geschenkt habe, das hieß Das Tier in dir. Und da konnte man testen, welches Seelentier man hat. Und anhand des Tests, der da drin war und den wir dann alle natürlich vereint gemacht haben, bin ich ein Wildhund. Oh, okay, interessant. Also ich habe mal bei so einer Naturdokumentation gesehen, wie Wildhunde jagen und das war sehr brutal. Also bitte jag mich nicht und zerfleisch mich dann. Bitte sei nett zu mir. Ja, Schabrackentapiere sind ja glaube ich nicht die schnellsten. Aber sie sind süß und knuddelig und das passt doch irgendwie zu mir. Aber gut, also wenn du was zerfleischen willst, dann vielleicht den heutigen Film Woodwalkers. Ich sagte es bereits, es ist basiert auf einer Romanreihe oder auf einer Kinderbuchreihe von Katja Brandes, die mir persönlich davor nicht bekannt war. Also weder die Autorin noch die Buchreihe. Geht es dir da ähnlich? Ich gebe zu, ich hatte nur mal irgendwo gehört, dass es diesen Roman gibt, aber ich wusste praktisch nichts darüber. Dann sitzen hier jetzt quasi zwei Blinde. Wobei blind passt jetzt nicht, weil wir konnten den Film ja bereits sehen. Übrigens, wer jetzt sich fragt oder sich auskennt mit Woodwalkers, dem sei gesagt, es wird Fortsetzungen geben. Der zweite Teil kommt nächstes Jahr im Herbst und der dritte Teil dann darauf im Jahr im Herbst. Und die sind auch schon bestätigt. Und ich glaube zumindest beim zweiten Teil, dass die Dreharbeiten auch schon laufen oder abgeschlossen sind. Und ich glaube, dass Teil zwei und Teil drei auch back-to-back gedreht werden. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall eure Woodwalkers-Trilogie bekommen. Ob das so gut ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Lida, kannst du uns eben kurz erklären, worum es den Woodwalkers überhaupt geht? Im Mittelpunkt steht der elfjährige Jay, der von einer Menschenfamilie adoptiert wurde, als er eines Tages völlig, ja, verstört und fremdelnd in einer Polizeiwache auftauchte und nun auf eine Oberschule wechseln soll von seiner gewöhnlichen Schule, wo es viele Probleme gab. Das alles wird uns schon in den ersten paar Minuten vermittelt und wir lernen schnell, was die Leute, die die Romanreihe kennen, schon längst wussten. Jay alias Karak ist kein gewöhnlicher Junge. Er gehört zu den sogenannten Woodwalkers, die sich in Tiere verwandeln können. Diese Fähigkeit ist so ein bisschen wie bei den X-Men und diesen Vergleich ziehe ich hier nicht ganz zufällig. Dann die Handlung und die Roman- und auch Filmreihe offenbar, zumindest der erste Teil, haben sich dann großzügig bedient. Die Fähigkeit bricht auch manchmal unfreiwillig aus oder lässt sich nicht immer auf Kommando herbeizaubern. Aber Karak ist ziemlich gut darin. Sein Tier ist der wilde Puma und mit den anderen jungen Woodwalkers auf der Schule schließt er Freundschaften, aber es beginnen auch Fäden. Und dann gibt es noch den charismatischen Schulleiter, der ein Auge auf Karak geworfen hat und ihn quasi als eine Art Ersatzziehsohn möchte, offenbar, aber auch noch einige sehr finstere Pläne hat. Ja, vielen Dank. Dieser Schulleiter oder der Mädchen der Schule wird gespielt von Oliver Masucci und ist das bekannteste Gesicht neben Martina Gedeck, die die Direktorin spielt, Miss Alyssa Clearwater. Und ja, ich habe diesen Film genau wie du gesehen und ich sage mal so viel, ich hatte schon lange nicht mehr bei einem Kinderfilm so viel Spaß wie bei Woodwalkers, allerdings nicht, weil der so besonders gut war. Ich musste mir wirklich zwei, drei Mal die Hand vor den Mund halten, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Lachen ein bisschen, wie soll ich sagen, von den Kollegen und Kolleginnen, die vor Ort waren, ja, als störend wahrgenommen wurden. Aber ich konnte es nicht verhindern. Dieser Film ist, ja, er ist einfach schlecht. Also ich weiß nicht, wie ich es sonst noch sagen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Klar, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich denke mir, selbst achtjährige Kinder oder zehnjährige Kinder haben noch ein bisschen was Besseres verdient als dieses Rip-Off aus, du hast es schon gesagt, X-Men, aber vor allem Harry Potter. Gibt es eigentlich mittlerweile auch nur ein Kinderbuch, das kein Rip-Off von Harry Potter ist? Das ist eine Frage, die ich schwer beantworten kann. Mich erschreckt ja immer schon, wie populär Harry Potter immer noch ist, obwohl ja J.K. Rowling einer der bösesten Menschen dieses Planeten ist. Also das finde ich schon ein bisschen gruselig. Aber fast genauso gruselig ist Woodwalkers, denn du hast es schon gesagt, dieser Film ist unfreiwillig und unabsichtlich komisch, weil er wirklich so schlecht ist, dass man kaum weiß, ich glaube auch das, was du schon gesagt hast, wo man anfangen soll. Das Erste, was man schon sieht, diese englischen Namen, die alle irgendwie kurios klingen, wie solche Namen, die sich jemand ausdenkt, der von englischen Namen keine Ahnung hat. Und dann von Leuten, die eben urdeutsch sind, gesprochen und dargestellt werden. Dann gehen wir vielleicht einfach einen Schritt weiter. Die Handlung ist völlig hanebüchen und bricht an mehreren Teilen völlig auseinander, dass Dinge so unglaubwürdig und absurd und manchmal unfreiwillig zweideutig sind, gerade unter dem Aspekt, dass es ein Kinderfilm ist, dass man nicht weiß, ob man sich am Kopf fassen oder weinen oder lachen soll oder wütend werden soll. Dann haben wir in, das versucht der Film übrigens etwas zu lindern, um mal eine etwas positive Sache zu sagen. Aber das Buch besteht nahezu nur aus weißen Menschen und dann in einigen Fällen ganz so unangenehme kulturelle Appropriation. Der Film ist hier etwas diverser, aber natürlich stehen auch hier die weißen Figuren im Mittelpunkt und jeder Versuch, hier irgendwie Toleranz oder so zu zeigen, geht ganz gewaltig nach hinten los und die Dialoge sind, oh, also so, kein Mensch redet so und es klingt wirklich wie Papier vorgelesen. Und ganz oft haben wir es auch, dass die Dialoge uns ganz klobig Hintergrundinformationen vermitteln. So, wenn Leute so reinkommen und sagen, hallo, ich komme gerade von zu Hause, von meiner Familie, die mich vor Jahren an einer Bushaltestelle aufgegabelt hat, weil ich ja kein Zuhause habe und auf seltsame Weise im Wald gelebt habe mit meiner Katzenfamilie und so wie kein Mensch redet. Ja, also das ist, ein paar von den Szenen verdienen es wirklich, eins für eins nacherzählt zu werden, dann muss man immer sagen, das geht nicht und das geht auch nicht. Das könnt ihr gar nicht machen. Ganz, ganz furchtbar. Ja, also eines, was du gesagt hast, gehe ich d'accord mit, das ist wirklich ein Festival des schlechten Films. Also eine Szene hat mich wirklich gebrochen, die hat mich wirklich gebrochen und ich meine es ernst, ich bin dann und ich mache es ungern, ich gehe ungern während eines laufenden Kinofilms aus dem Saal, aber ich musste wirklich rausgehen, weil ich mein Lachen nicht unter Kontrolle bekommen habe. Und zwar, Karak, der ja zu Puma wird, legt sich in der Schule mit der Gang der Völf an. Und dann gibt es halt wirklich, ja, genau, genau, auch Schweinert hätten wir hier drin, genau. Und dann gibt es halt wirklich einen Moment, in dem sich diese armen, jungen Schauspieler, die vielleicht oder vermutlich davor noch nichts Größeres gespielt haben, sich so gegenüberstellen und machen so, du dummer Puma, du doofer Wolf. Und dann fauchen und knurren die sich halt in Menschengestalt gegenseitig an und es war zum Schießen. Also, ich wollte das nicht lustig finden, aber ich hatte keine andere Wahl. Es ging mir durch Mark und Bein. Und es gab auch so viele andere Momente, die dieses, wie heißt es so schön, ich glaube, das ist kein cooles Wort mehr, aber ich nehme es trotzdem mal, Cringe, also Fremdscham ausgelöst haben. Jede Szene, in der Martina Gedeck auftaucht, war ein absolutes Fremdscham-Moment, weil sie aussah wie aus so einem billigen Werbekatalog entnommen, mit dieser Frisur, mit dieser Kleidung. Und du hast es auch schon gesagt, die reden halt, niemand redet so. Selbst in einem Fantasy-Reich wird niemals so reden. Selbst im Nachhineer würde niemand so gestellst reden. Es war furchtbar, aber halt eben auch furchtbar amüsant dadurch. Oh ja, also eine Szene, die für mich wirklich dieses Cringe, wie du sagst, zusammenfasst, ist, wenn Karak und der Leiter der Schule, der von Oliver Masuki gespielte Sponsor, wenn die beiden in den Wald zusammenrennen und sich die Klamotten runterreißen, ja, um dann gemeinsam rumzutollen und denn Masukis Figur dabei immer so sagt, oh, dadurch fühle ich mich so befreit, ist diese Lebenslust, geht es dir nicht auch und so und Karak, ja, genau, es ist so super und dass niemand gemerkt hat, Moment mal, hier ist ein erwachsener Mann, ein Elfjähriger, die gehen zusammen in den Wald und ziehen sich aus, nein, nein, auf ganz vielen Ebenen und es ist nicht die einzige Szene, die so eine ganz peinliche Zweideutigkeit hat, wo man wirklich denkt, ähm, hat das niemand gemerkt, dass da einfach die pädophilen Untertöne schon, also gar keine Untertöne mehr sind, sondern, dass das fast, ähm, also fast schon grenzwertig ist? Ja, ja, also, es ist mir natürlich aufgefallen, aber ich fand es halt in dem Zeitpunkt immer nur zum Schießen, es ist wirklich, ich hatte das Gefühl, dass ich so einen geheim gedrehten Film hatte von dem Machern von Die nackte Kanone, also teilweise, da waren halt einfach Szenen drin, wenn da ein bisschen anders, ähm, die Szenistik gehabt hätte, es ein bisschen anders, die Darstellung platziert hätte, wäre das für mich eins zu eins wirklich als Parodie von diesen ganzen Kinderfilmen durchgegangen, wie halt eben jetzt Schule der magischen Tiere, der ja im dritten Teil jetzt auch wieder sehr erfolgreich in deutschen Kinos läuft. Absolut, das ist ein Film aus der Sparte Killer Tomatoes, denn wenn ihr jetzt auch die Horror-Komödie Killer Tomatoes kennt, dann wisst ihr womöglich, dass dieser Film ursprünglich, zumindest der allererste Film der Killer Tomatoes-Reihe, ernst gemeint war, dass sie aber kurz vor Produktionsende gemerkt haben, Mist, das ist so verdammt unfreiwillig komisch, wir müssen jetzt hier nur zwei, drei Sachen umdrehen und ein bisschen ändern und dann haben wir eine Komödie, wir können das nicht ernsthaft rausbringen, aber bei Woodwalkers hat dieser Erkenntnismoment leider nie stattgefunden. Ja, und wo der Film halt auch drin scheitert ist, er versucht halt manchmal wirklich zwanghaft eine gewisse Art von Größe aufzubauen, weil diese Geschichte, also ich möchte jetzt hier auf Spoilergründen nicht genau ins Detail gehen, was passiert, aber ganz ehrlich, wenn ihr drei Filme gesehen habt, werdet ihr nach fünf Minuten wissen, was da Phase ist, aber egal, es gibt mehrfach so die Ambitionen vom Film, dass er so eine Art Geschichte aufmacht, die soll groß wirken, ja, etwas, was die ganze Welt betrifft, aber es wirkt halt immer so klein gefasst und dann im Finale ist dann der Höhepunkt so, dass sie wirklich versuchen, mir weiß machen zu wollen, dass so ein halbes Dutzend rollende Baumstämme jetzt die größte Umweltkatastrophe sind, die Gott weiß, wer gesehen hat. Ja, Baumstämme rollen durch die Gegend, oh nein, was für eine Umweltkatastrophe. Ja. Bäume verschmutzen wie einen Wald. Ja, und das ist wirklich ein ganz klarer, ganz klarer Makel, der Film, du hast es auch schon gesagt, ist wirklich scheiße erzählt, also die machen fast alles mit so Exposition-Dumps. Der Film fängt an und ich wusste halt gar nicht, also ich wusste, er ist wohl ein Tiermensch oder so, das habe ich so im Vorfeld mitbekommen, aber bevor ich gerafft habe, dass der quasi nur in Anführungszeichen adoptiert ist von dieser Familie, das habe ich nicht durch die Erzählung erfahren, das habe ich deswegen erfahren, weil sich Hanna Herzsprung und Martina G. der Kalt so unterhalten haben. Das ist übrigens unser Sohn, er ist adoptiert, er war plötzlich einfach da, aber in letzter Zeit gibt es sehr seltsame Sachen, die mit ihm passieren. Wissen Sie, meine anderen Kinder, vor allem mein ältester Sohn, hat Angst, weil er ihn gekratzt hat. Ach, das ist ja seltsam. Ja, wollen Sie vielleicht nach draußen gehen? Ich möchte gerne mit Ihren Sohn allein reden. So reden die da unentwegt. Das war nicht übertrieben. Genau so reden die da. Ja, und das ist ja auch dieses Ding. Jetzt haben wir hier einen Film und wir fragen uns, warum zeigt uns der Film Dinge nicht? Was natürlich ganz offensichtlich an dem sehr geringen Budget liegt oder einem Budget, das die zumindest nicht effektiv nutzen konnten, denn nicht nur die Effekte sind hier wirklich erbärmlich schlecht, wie Stichwort Tierverwandlungen oder Tieranimationen, also viele der Tiere wurden ja nicht dressiert, so soll es ja auch nicht sein, sondern einfach animiert und das sieht dann wirklich aus wie, also wie in einem veralteten Computerspiel, aber auch, dass Locations oder einfach eine etwas aufwendigere Schnitttechnik hier zu viel war und man sich gedacht hat, nein, dieses oder jenes, was man vielleicht in einem kleinen Prolog zeigen könnte oder irgendwie anders illustrieren, nein, alles muss einfach nur in Vortragsform gesagt werden, dann fragt man sich echt, na warum dann nicht gleich einfach nur ein Hörbuch machen? Ja, oder eine Powerpoint-Präsentation. Genau. Also wirklich, der Film ist quasi erzählt wie eine Powerpoint-Präsentation und es ist, also ich hatte halt wirklich Spaß damit, aber ich kann dem keine positive Wertung geben, weil der Film ist halt einfach, ich sage es mal ganz profan, Kacke und ich kann jetzt auch nicht drangehen und sagen, ja, ich bin nicht das Zielpublikum und die Kinder werden vielleicht Spaß haben, ey, die armen Kinder, also das ist, das ist, das geht doch nicht, also wenn das der Anspruch ist an einen Kinderfilm, dann gute Nacht, das ist, also ich war fassungslos, ich habe davor ja auch diesen hier Schule der magischen Tiere 3 gesehen und das war auch nicht meins, aber der war halt auf eine andere Art für mich misslungen. Woodwalkers, das war, das war eine Katastrophe, also ich habe, ich glaube, das ist ein Film, ich habe erzählerisch, technisch, keinen schlechteren Film dieses Jahr im Kino gesehen und genau wie du, liebe Lieder, habe ich auch schon einiges gesehen, aber Woodwalkers ist wirklich creme de la shit dieses Jahr. Absolut und wie gesagt, ich, das wisst ihr ja vermutlich, die meisten, die hier zuhören beim Telestammtisch, auf Festivals wie der Berlinale oder Krann und so weiter, da gucke ich mitunter hunderte von Filmen und auch das hat nichts hervorgebracht, was so durch und durch misslungen und peinlich und in jeder Hinsicht, wirklich in jeder Hinsicht, daneben war wie Woodwalkers, also egal welchen Aspekt dieses Konstrukt, dieses Produkt man nimmt, er ist schlecht. Auch die Schauspielenden sind nicht gut und du hattest ja schon diesen wunderbaren Anschlag erwähnt, ja, denn es gibt ja diese Grundhandlung, dass man merkt, oh, Tiere verüben offenbar Anschläge auf die Menschen, die Natur schlägt zurück und wehrt sich und diese vermeintliche Öko-Botschaft ist aber völlig undurchdacht und krude und opportunistisch vermittelt so nach dem Motto, oh, Kinder mögen ja Umweltschutz, dann machen wir mal eine Öko-Botschaft. Zum Beispiel schon dieser Aspekt, wir sind alle total öko von den Woodwalkers natürlich, die Woodwalkers sind ja Halbtiere, was auch schon seltsam ist, denn Menschen gehören ja auch zur Natur, ist ja nicht so, dass wir von der Natur losgelöst werden, aber gut, so, die sind jetzt Tiere und deswegen total die Naturschützer haben aber mitten im Wald eine Schule gebaut, wo ich mir auch dachte, wie umweltfreundlich, da fahren jetzt alle mit Autos natürlich zur Schule hin und wieder weg und dieses gigantische Schulgelände im Wald, aber hey, ja super, den Wald zu roden, um da die Schule zu bauen, das ist ja okay, denn wir sind Woodwalkers und es geht noch krasser mit der Doppelmoral, nämlich natürlich ist Tiere töten ganz, ganz böse und Leute, ich bin Vegetarierin, also ich bin durchaus der Meinung, dass man Tiere nicht einfach töten sollte, schon gar nicht zum Spaß, aber die Fleischfresser, die müssen A, natürlich Fleisch fressen in dem Film und die dürfen auch jagen, also wenn Karak als Puma da ein Reh tötet, ist das völlig in Ordnung, aber wenn ein Jäger das macht, ein Menschlicher, ist das ganz, ganz böse. What? Ja, bevor er fragt, es ist Woodwalkers Kodex, dass man als Woodwalker keinen anderen Woodwalker jagen und töten darf. Was quasi dann so eine Art Tierrassismus darstellt, ja, wenn ich sage, diese von der Art darf ich töten, aber diese, die von der gleichen Art sind, nur ein bisschen anders aussehen, die nicht. What? Es ist, es ist sowieso total, also absurd eigentlich und auch obskur, weil, also, seine beste Freundin verwendet sich ein Eichhörnchen, sein bester Freund in irgendwie so ein Büffel oder so, ein anderer Typ verwandelt sich in Kaninchen, wie unfair das auch ist. Ich meine, nichts gegen Kaninchen, ja, die scheinen ja ganz süß zu sein mit ihren langen Ohren und wenn die so rumlümmeln da an den Möhrchen, schön und gut, aber du kannst sie doch nicht einfach in ein Zimmer stecken mit der Puma. Was soll das denn? Ja, ja, genau das passiert da in dem Film natürlich auch, also, da denkt man sich auch, woher weiß der eine oder der andere, oh, ja, woher wissen Woodwalkers, dass die anderen Woodwalkers sind, sie können Telepathie, und das ist super, weil dann einfach die Kamera auf irgendein Kaninchen oder einen Wolf filmt und man dann im Hintergrund irgendwie eine Stimme hört. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, so eine Art Sprechbewegung oder dergleichen zu animieren. Es ist einfach nur Telepathie. Also, das ist derart faul und es ist nicht nur faul inszenatorisch, was den Film betrifft. Ich habe ein bisschen ins Buch reingelesen, zwei, drei Seiten, aber nur mehr hält man nicht aus. Das Buch ist genauso schlecht, zumindest auf diesen paar Seiten. Kann ja sein, dass der Rest irgendwie tollstoi ist, ja, aber diese paar Seiten waren es nicht. Und genauso plump und erzählfaul, einfach peinlich. Also, man weiß nicht, was man sagen soll. Und auch, auch mit so vielen unfreiwillig, unangenehmen Zweideutigkeiten. Zum Beispiel wird da einfach schon an dem allerersten Kapitel auf der ersten Seite erwähnt, als ein Mitarbeiter der Schule Karak abholt, um ihn zur Schule zu verfrachten. Das ist im Buch ein kleines bisschen anders als im Film, wo die Eltern dahin gehen und ihn absetzen. Da wird erwähnt, wie Karak so den Mitarbeiter anguckt und sagt, ja, ein muskulöser Mann in Jeans und Lederjacke, der darunter nichts weiter trug. Wo ich mir denke, ah, woher weiß der, dass der nichts unter Jeans und Lederjacke anhat? Also ich meine, Jeans sind ja nicht gerade transparent. Also für mich klingt das wie ein Astrainer-Pädagoge. Ich weiß nicht, was du hast. Das klingt nach einem Astrainer-Pädagogen. Ja, ne, aber dann stellt euch mal vor, da kommt so ein muskulöser Typ mit so einer offenen Lederjacke, hat nichts darunter an und so eine eng anliegenden Jeans und sagt, hey, ich möchte gerne euren Sohn für unsere Privatschule abholen. Da hört man doch im Hintergrund sofort YMCA. Also, ja, wirklich, ja, also, es ist, es ist, ich bin, pass auf, ich bin halt echt irgendwie froh, den gesehen zu haben. Ich bin auch froh, dass ich davon kein Geld ausgeben musste. Da sind halt so viele Sachen drin, zum Beispiel hier Oliver Masucci als dieser, dieser Sponsor, da siehst du halt genau, dass sie da auf Elon Musk geschaut haben, weil der halt eben auch so ein super, super Milliardär, Millionär ist und so. Aber auch da ist die Sache, nur weil der ein verdammtes E-Auto fährt, macht die das nicht automatisch zu Elon Musk. Da muss schon ein bisschen mehr kommen als das. Aber das reicht dem Film aus. Der Film ist voll solcher Behauptung. Alleine halt, wir haben es ja auch schon angesprochen, dass Tiere meistens halt dieses Wolfsrudel halt irgendwelche Anschläge macht, also, dass sie irgendwie Sachen sabotieren, wo ich mir denke, ja, okay, soll ich mir jetzt vorstellen, dass das Wolfsrudel da jetzt vom Laptop sitzt und da sich irgendwie reinhackt, weil das meiste geht dann elektronisch. Also, es ist, es ist, es ist, ich hatte es selten, dass ich einen Film gesehen habe, der auf der einen Seite so furchtbar, aber auf der anderen Seite doch so amüsant und fast schon eine Art Fest war, wie dieser hier. Also, ich hatte das lange nicht mehr, wirklich lange nicht mehr. Ja, das ist auch ganz großartig, wirklich diese Tieranschläge. Wenn dann zum Beispiel so die Wölfe so ein Starkstromkabel durchbeißen und ist ja auch gar kein Problem, man beißt ins Starkstromkabel einfach rein und kann ein Wolf mal eben so ab. Oder wenn denn die Wölfe, irgendwie drei, vier Wölfe, was natürlich völlig artfremdes Verhalten ist, ja, in echt sind Wölfe sehr scheue Tiere, so Bauarbeitende angreifen und die Bauarbeitenden irgendwie in Panik alle wegrennen. Also, du hast irgendwie ein halbes Dutzend oder mehr Bauarbeiterleute auf einer Baustelle und dann kommen drei Wölfe knurren ein bisschen und die rennen so schreiend zum Auto und rasen davon. Also, wo, also, abgesehen davon, dass wenn es jetzt wirklich ein Gewaltgebiet wäre, in dem es Wildtiere wie Wölfe oder Bären oder dergleichen gibt, hätten die doch garantiert ein Betäubungsgewehr oder sowas dabei. Ja, also, dass da niemand auf die Idee kommt, äh, ja, es ist, ähm, es ist bizarr, bizarr und belustigend auf vielen Ebenen. Ja, also, und noch eine Sache und dann bin ich, glaube ich, wirklich durch, weil ich, 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 lange wie der Film, jede Szene. Ja, ja, aber was halt auch grandios ist, ähm, es gibt natürlich auch so die Art, ich nenne es mal, äh, kumpelhafter Sportlehrer in dieser Schule, äh, die halt auch immer sagt, wenn du ein Problem hast, kommt dir zu mir und hier keine Gewalt und es gibt natürlich auch Regeln, dass man, glaube ich, äh, sich nicht unerlaubt verwandeln darf, aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind halt Kinder, die irgendwann so Teenagern werden, also es ist ja auch klar, dass die da länger bleiben, es ist eine Art Internat und irgendwann kommst du in die Pubertät. Ich kann mir nicht vorstellen, oder anders gesagt, pass auf, ich stelle mir mal vor, da sind jetzt zwei Jungs, gerade in der Blüte ihrer Pubertät, ja, die glauben, dass ihnen alles gehört, weil, weil sie halt in der Pubertät sind, ne, ich war selbst in der Pubertät, ich weiß, wie Jungs da so sind. Der eine ist ein Puma und der andere ist ein Kaninchen und die zoffen sich. Du kannst aber nicht erzählen, dass da nicht mal aus Versehen der eine sich in Puma vermandelt und der andere ist Kaninchen oder so. Es ist doch, wie soll das funktionieren? Ja, ich habe mich auch gefragt, was passiert, wenn sich jetzt da, sagen wir mal, zwei Woodwalker, männlich und weiblich oder fortpflanzungsfähig einfach verlieben und dann die Sache mit den Blumen und den Bienen machen und was, wenn der eine eine Waldoer-Eule ist und die andere ist ein Otter? Was kommt dabei raus? Ein Opossum? Oder, 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 was wird das? Ja, oder was ist zum Beispiel, wenn du eine Katze bist, wirkst du dann auch als Mensch das Fellknäuel hoch? Genau, oder, 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 das, das wäre eben auch interessant, oder, oder beeinträchtigt das die Lebenserwartung? Ich meine, eine Schildkröte hat eine ganz andere Lebenserwartung als eine Maus. Oder, du bist eine Eintagsfliege. Okay, also, wir könnten jetzt hier wirklich weitermachen, aber ich glaube, unsere beiden Standpunkte, die relativ identisch sind, sollten klar sein, oder? Ja, vielleicht sollten wir aber noch erwähnen, dass die Buchreihe so enorm erfolgreich ist, ist, dass es noch eine Spin-off-Reihe namens Seawalkers mit, ihr ratet ist, Meerestieren gibt. Und diverse Einzel-Spin-off-Bände, wo sich mit bestimmten Figuren genauer auseinandergesetzt wird und die Geschichte noch weiter ausgebaut. Mittlerweile sind das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zwei Dutzend Bücher unterteilt in zwei Staffeln und noch mal ein, was weiß ich, vier oder fünf Spin-off rein, die auch alle mindestens zwei oder drei Teile haben. Also, es ist ein eigener Kosmos. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Was ich noch erzählen kann, wahre Geschichte, ich hatte kurz danach den Roman gelesen, die Wand von Marlin Haushofer, die ich sehr gut fand und wollte mir danach, weil meine Mutter den auf DVD hat, die Verfilmung angucken mit Martina Gedeck. Und der Film fing an und ich sah Martina Gedeck, ich musste an Motherwalkers denken, ich hatte den Film ausgemacht. Ich konnte ihn nicht gucken. Ja, das nennt sich Trauma. Das ist wirklich Trauma. Aber Martina Gedeck ist auch so ein bisschen so eine Ein-Personen-Sekte, das muss man dazu sagen. Wie gesagt, für mich ist Martina Gedeck immer die Kati aus Single Bells, ein Film, den ich halt immer an Weihnachten gucke, aber ansonsten habe ich zu der Frau tatsächlich keine wirkliche, richtige Meinung. Ich weiß, dass sie sehr bekannt ist, vielleicht ist sie auch sehr gut, in Woodwalkers ist sie nicht gut, aber in Woodwalkers ist keiner gut. Und ich glaube, wir können zum Fazit kommen, oder? Dann bitte dein Fazit zu Woodwalkers. Ich habe eine Ahnung, wie es auslaufen wird, wie es ausgehen wird. Ja, Woodwalkers, ein ganz heißer Kandidat für den schlechtesten Film des Jahres, aber auch den unfreiwillig komischsten. Wenn ihr einen gekifft habt und richtig lachen wollt, dann guckt Woodwalkers vielleicht idealerweise eine Vorstellung, wo ihr nicht so viele andere Menschen stört. Andererseits ist es schwer vorzustellen, dass man den Leuten, die den Film sehen, nicht einen Gefallen tut, wenn man irgendwie deren Schauerlebnis verkürzt oder mindert. Denn wie ihr schon anstu gesehen habt, dieser Film hinterlässt tiefe Spuren in der Seele. So Kratzspuren. Das stimmt. Ja, du hast gerade eben, glaube ich, die zwei Worte mit B genannt. Lustig und bizarr. Ich setze noch zwei andere B-Worte hinzu, nämlich bekloppt und beschissen. Und damit wäre mein Fazit für Woodwalkers gefällt. Der startet am 24. Oktober. Wenn ihr euch ihn angucken wollt, bitteschön, macht es. Und ich sage danke fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite, www.tele-Stammtisch.de und natürlich gibt es uns auch überall bei Social Media und bei Discord. Da haben wir einen Community-Server. Da könnt ihr uns gerne Feedback geben. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt Woodwalkers geguckt habt im Kino und sagt, das ist der beste Film, das ist der Citizen Kane des deutschen Kinderfilms, dann bitte. Mich würde interessieren, wie ihr zu dieser Meinung steht. Wenn ihr den Film nicht guckt, weil ihr was anderes gucken wollt, auch schön. Aber auf jeden Fall könnt ihr mit uns darüber reden. Tele-Stammtisch-Discord. Das soll es hiermit gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Lieder. Das letzte Wort gebührt dir. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich dich anfauchen soll oder anheulen soll wie ein Wolf. Aber ich kriege es nicht so schön und so schlecht hin wie du, Woodwalkers. Deswegen einfach nur The Stage is yours. Das finde ich gut, Lieder. Du zeigst einen Satz. Das mag ich. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt, zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus